Zwist in der Luft auf Instagram Drama bei den Fans von Sarafina und Peter Wollny Freude und Neid kämpfen um die Vorherrschaft Die Wollnys haben eigentlich allen Grund zur Freude, die süße Hope Angel Silvia hat gerade das Licht der Welt erblickt. Doch plötzlich stehen die Erstgeborenen, Emory und Casey, im Rampenlicht und sorgen für ordentlich Wirbel. Die Frage der Stunde, sehen sich die beiden überhaupt ähnlich? Die Fans sind gespalten und die Diskussionen kochen hoch wie nie zuvor. Casey wird immer mehr wie Peter, behauptet einer der Fans. Emory hingegen hat die Mama Jean. Stimmt das wirklich? Die Community ist sich uneinig und die Meinungen prallen aufeinander. Doch damit nicht genug. Der neueste Familienschnappschuss sorgt erneut für heiße Gemüter. Ein User wagt sogar zu behaupten, dass einer der Jungs-Floredana ähnlich sieht. Da mischt sich ein besserwisserischer Fan ein, hey, sie sind eineiige Zwillinge. Und dann meldet sich noch ein weiterer Fowler zu Wort, die Köpfe sind auf dem Foto in unterschiedliche Richtungen geneigt, das täuscht vielleicht die Ähnlichkeit. Die Diskussion geht hin und her, doch wer hat recht? Endlich bringt Sarafina Licht ins Dunkel. Sie sind eineiige Zwillinge, klärt sie auf. Experten und sogar meine Frauenärztin haben alles untersucht, von Plazenta bis zu den Fruchtblasen. Und früher? Da sahen sie sich so ähnlich, dass sogar das Gewicht zur Unterscheidung herhalten musste. Emory, der kleine Kraftpratz. Doch mittlerweile scheint das kein Problem mehr zu sein. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr denkt. Ähneln sich die Wollnie-Zwillinge oder eher nicht? Abonniert unseren Kanal, um keine News mehr zu verpassen.